Was ist die Kosten der Bauchdeckenstraffung? Die Kosten der Bauchdeckenstraffung richten sich nach dem Umfang der Operation. Wir können eine Bauchdeckenstraffung machen, wo wir nur die Haut entfernen. Wir können aber in einer Bauchdeckenstraffung auch die Bauchmuskeln wieder zusammenbringen. Wir können bei der Bauchdeckenstraffung auch zusätzlich Fett entfernen. Das heißt, wir können noch zusätzliche Maßnahmen treffen, um den Erfolg der Operation noch zu vergrößern. Und danach richtet sich auch der Preis oder die Kosten für die Operation. In der Regel liegen die zwischen 6.000 und 8.000 Euro.